Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Freitag hier bei wetter.net. Ja, die Woche ist fast schon wieder geschafft. Das dritte Adventswochenende steht vor der Tür und das Wetter bleibt überwiegend schmuddelig, wobei die Temperaturen so langsam immer weiter ansteigen. Heute Vormittag, da gibt es Wolken aus Westen, aus Frankreich, aus Benelux und aus den Wolken. Da fällt anfangs teilweise gefährlicher, gefrierender Regen, Schnee. Es besteht die Gefahr von Kletterbildung und danach wird es aber aus Westen deutlich milder und die Temperaturen steigen dann in den kommenden Tagen immer weiter an. Und besonders nächste Woche, da wird es richtig mild werden, mit Höchstwerten von teilweise über 10 Grad. Und damit ihr bei uns kein Wettervideo mehr verpasst, denkt dran, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns auch über ein Like bzw. einen Daumen nach oben. Ja, der Blick auf die Großwetterlagenkarte vom heutigen Freitag und wir sehen, das Hoch Xavier liegt hier immer noch über Russland. Es sorgt für viel Kälte in dieser Region. Aber auf der anderen Seite vom Atlantik, da kommen Tiefausläufe herangezogen und die bringen hier warme Luft mit. Und das bedeutet, die Temperaturen steigen ab Sonntag, Montag deutlich an. Der Blick auf das Wetter vom heutigen Freitag, es bleibt teilweise noch ein bisschen kühler. Temperaturen um 1 bis 5 Grad, aber im Westen, da kommt schon die milde Luft herangezogen. Hier steigen die Temperaturen bis zum Nachmittag auf 6 bis 7 Grad. Anfangs fällt hier teilweise Schnee und gefrierender Regen. Später geht das Ganze bis in die Hochlagen in Regen über. Im Osten, da bleibt es weitgehend trocken. Gleiches gilt auch für den Norden und für den Süden. Schauen wir uns dieses Regen- und Schneefallgebiet noch mal ein bisschen genauer an. Heute Vormittag, so gegen 10 Uhr, da kommen wie gesagt diese Regen- und Schneewolken herangezogen. Diese kleinen blauen Böbbel, das ist der Schnee. Und diese roten Schlangen, das ist gefrierender Regen. Und dieser gefrierende Regen und dieser Schnee reichen zunächst die Eifel und den Hunsrück. Und da kann es dann wirklich stellenweise heute Vormittag richtig glatt werden. Und das Ganze verlagert sich zum Freitagnachmittag ganz langsam ostwärts. Dann auch in Nordrhein-Westfalen, teilweise in Baden-Württemberg, Schnee und auch Regenfälle. Wobei die Schneefallgrenze langsam immer weiter ansteigt. Denn dahinter kommen wie gesagt milde Luftmassen. Und auch die kommende Nacht, die ist dann meist im Westen frostfrei. Temperaturen so 2 bis 3 Grad. Nach Osten nochmal kälter, minus 2 bis minus 1 Grad. Und hier fällt stellenweise im Westen Regen. Teilweise auch nochmal in höheren Lagen ein bisschen Schnee, Regen oder Schnee. Aber insgesamt dürfte es meist Regen sein. Doch die Klettegefahr sollte man nicht unterschätzen. Überall kann es auch in der kommenden Nacht nochmal ziemlich rutschig werden. Der Blick auf den Samstag. Und das ist dann wirklich richtiges Schmuddelwetter im Westen. Viele Wolken, zeitweise Regen. Temperaturen hier 6 bis 7 Grad. Noch ein bisschen kühler im Osten 3 bis 5 Grad. Hier meist trüb. Und auch die Sonne, die kommt noch manchmal hier und da ein bisschen raus. Und der Blick auf den dritten Advent, auf den Sonntag. Auch der bleibt dann ziemlich durchwachsen. Süden viele Wolken, stellenweise Regen. Und die Temperaturen erreichen so 3 bis 6, 7 Grad im Osten. Teilweise bis zu 9 Grad im Westen. Die Milderung bleibt also erhalten. Und nächste Woche, da geht es auch mild weiter. Der Montag bringt einen Mix aus Sonne, Wolken, etwas Regen. Das Ganze bei Temperaturen um 4 bis 9 Grad. Und zum Dienstag wird es dann noch ein bisschen wärmer. Dann steigen die Temperaturen im Westen hier am Niederrhein teilweise auf bis zu 12 Grad. Es gibt viele Wolken, stellenweise fällt etwas Regen. Im Südwesten so 7 bis 10 Grad. Im Osten immer noch die tieferen Werte um 5 bis 7. Teilweise aber auch hier schon bis zu 8 Grad. Und wir blicken weiter hinein in die nächste Woche. Und leider sieht es nicht wirklich gut aus für Winterwetter. Am Mittwoch 7 bis 12 Grad. Donnerstag 5 bis 11 Grad. Und der Freitag bringt 5 bis 12 Grad. Die tieferen Werte immer so Richtung Osten. Und die höheren Werte im Westen ab und zu mal ein bisschen Regen. Große Regenmengen werden aber weiter nicht erwartet werden. Hier und da auch mal Sonnenschein. Doch oftmals auch trüb und grau. Eben typisches graues Schmuddelwetter. Was uns da von Mittwoch bis Freitag in der nächsten Woche erwartet. Und noch der Blick Richtung 4. Advent. Oje, oje, es wird nicht wirklich viel besser. Am nächsten Samstag 6 bis 11 Grad. Ziemlich wechselhaft. Und der Sonntag könnte aktuell sogar dem Süden einen kleinen Sturm bringen. Nochmal viele Wolken und Regen. Das Ganze bei milden 7 bis 10 Grad. Und der Montag ziemlich nass bei 6 bis 9 Grad. Wir halten also fest, mindestens bis zum 4. Advent hat Winterwetter bei uns in Deutschland keine Chance mehr. Ja, dann gucken wir mal Richtung Weihnachten. Und mittlerweile haben sich die Ensemble-Vorsagen ganz schön gestrafft. Also die große Spannbreite ist da nicht mehr vorhanden bei den 2-Meter-Temperaturen. Mittlerweile geht die Prognose schon bis zum 27. Dezember. Das hier ist für den Westen, für die Region Niederrhein. Und wir sehen, die Temperaturen steigen an auf Werte um 10 Grad. Und da bleiben sie eigentlich auch weitgehend. Selbst über Heiligabend, über den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Da ist die Bündelung ziemlich eng. Negative Berechnungen gibt es überhaupt keine mehr. Zumindest nicht im Westen Deutschlands. Also Winterwetter ist nun wirklich weit und breit leider nicht mehr in Sicht nach der Berechnung vom amerikanischen Wettermodell. Hier und da gibt es ein paar Niederschlagssignale. Aber auch die fallen relativ gering aus. Und noch der Blick in den Südosten Deutschlands. Auch bis zum 27. Dezember. Und auch hier sehen wir, es bleibt mild. Die Temperaturen steigen auf 5 Grad, teilweise darüber. Und auch über Weihnachten gibt es momentan kaum noch Berechnungen, die selbst nachts irgendwie noch Großfrost sehen könnten. Also das Thema weiße Weihnachten, das schmilzt in den kommenden Tagen immer weiter dahin. Man hat so ein bisschen das Gefühl, mit dieser Milderung kommt nun das verfrühte Weihnachtstauwetter. In den höheren Langen liegt da ein bisschen Schnee und der wird ab Dienstag massiv abtauen. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung. Ich bin Diplom-Meterologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Wettervideo gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und einen schönen dritten Advent. Ciao.